Okay, das ist ein bisschen unangenehm, sich anzuschauen. Loll, da sehe ich jetzt mal, sieht richtig cool aus. Was ist das denn gewesen? Nein, ich hätte ihn gehabt. Mein eigener Merch wird inzwischen ein Jahr alt. Am 21. August um 15 Uhr bringe ich auf jojonas.shop mein neues Merchpaket raus. Dort bekommt ihr ein Shirt, eine Magic Tasse, dazu eine Handzignitte Autogrammkarte, ein Poster und habt dazu die Chance auf ein Video mit mir zusammen. Hey Leute, wir reagieren heute mal wieder auf die besten TikToks in Brawl Stars, aber heute mit einer etwas besonderen Reaktion, denn heute reagieren wir auf die besten TikToks mit mir drin. Also ich bin sehr gespannt, was wir sehen werden. Es gibt viele krasse Momente, die eben aufgenommen worden sind, zu Brawl Stars, die auch extrem krass abgegangen sind. Natürlich vor allem viele Openings oder Fails erwarte ich. Ich bin also sehr gespannt, was wir sehen werden, ob es witzig werden wird. Die meisten der Clips stammen von meinem E-Sports Team, Uka Gaming. Dort findet ihr jeden Tag neue Clips aus meinen Streams und von den Streams unserer Creator oder auch von Lukas Brawl Stars zum Beispiel. Könnt ihr gerne vorbeischauen, Link dazu ist in der Beschreibung. Und es sind auch ein paar Clips von Jojonas Clips dabei. Dann würde ich sagen, wir legen los. Ich bin sehr gespannt, was wir alles sehen werden. Und ich hoffe, es wird nicht zu peinlich werden. Let's go und euch immer viel Spaß mit der Reaktion. So, und damit legen wir los mit dem ersten TikTok. Es lautet Jojonas nach seinem Winterschlaf. Ich bin mal sehr gespannt, was wir jetzt hier sehen werden. Hä, das Spiel ist ja quer. Was ist das denn schon mal? Oh mein Gott, okay. Oh je, das war es glaube ich aus dem 10 Arten Video. Das ist extrem schwer für den Anfänger jetzt hier. Wo sind die Tickets hin? Wo sind die Tickets hin? Oh je. Ja, das ist schon mal ein negativer Punkt. Ja, das war glaube ich, das war so ein Video 10 Arten von Brawl Stars zu spielen. Oder der, der ewig nicht gespielt hat. LOL, wie viele neue Skins mit dem... WTF. Was? Was ist das denn? Große Box und Mega Box. Oh je. Wo sind denn die mythischen Boxen hin? LOL, die mythischen Boxen. Achso, ja, die gab es ja ganz, ganz früher in Brawl Stars. Aber da habe ich noch gar nicht gespielt sogar. Mein Pay-to-win-Account. Oh nein, das war auch kacke. Och Junge, es kann... Der andere Pay-to-win-Account auch noch. Da wusste ich einfach meine beiden Pay-to-win-Accounts löschen. Das war auch schlimm. Mein 100k-Account. Und noch meinen 100k-Accounts löschen. So, nächster Clip. Und was sehen wir jetzt hier? Jonas ist Pay-to-win-Spieler. Wo kann ich Geld ausgeben? Let's go. Ich will nicht nur richtig gehyped aus. Jetzt hat er noch einen Geld-Countser eingeblendet. Oh je, oh je. Ah, ich kann nicht schon mal einen Brawl Pass aktivieren. Ja, das war ich als Pay-to-win-Spieler, wenn ich ganz viel Geld ausgeben würde. Oh je. Oh, ein gelber Brawler. Let's go. Äh, da ist auch noch so eine komische Reaktion drin. Einen epischen, legendäre und zwei chromatische. Ja, ich denke, damit kann ich jetzt meine Freunde ganz gut beeindrucken. Oh, dieser Zoom noch. Wer bist du? Der, der nichts krass findet. Wie viele Gesichter hast du? Was ist das denn? Minus 4, es geht noch. Mit welchem Gesicht habe ich dich kennengelernt? Die gehen aber auch gerade alle auf mich, Lütter. Und welches Gesicht ist sie mir verschwunden? Was ist das denn gewesen? Oh nein. Oh nein. Aber sie ist auch... Und will die einzelnen Sticker einsammeln. In dem Fall den Pin vom Boxer. Oh mein Kollege, einfach hier als Stalkerin. Und taucht in der Dusche auf. Oh je, oh je. Jetzt haben wir eine Sprache von Bayrun. Also man geht wirklich einen Vertrag praktisch mit ihm ein und gibt sein Leben ab. So ein bisschen träuflich auf jeden Fall auch. Und hat eben auch mit seiner... Leute, das ist kein Bart. Junge, aber nice editiert auf jeden Fall hier von ihm. So, jetzt sehen wir hier einen Clip, der schon mal ziemlich krass vorgespult wird. Was war das? Ah lol, da läuft ein Counter unten. Seht ihr gerade gar nicht, da unten noch. Da rechts in der Ecke. Was war das denn? Das war ewig her. Lol, der habe ich von 0 auf 5er Trophäen gepusht. Lol. Wann habe ich das gemacht? Das muss ewig her sein. Nach exakt 2 Stunden und 9 Minuten haben wir jetzt hier wirklich es geschafft, von 0 auf 500 Trophäen zu kommen. Wir bekommen jetzt auf einen Schlag 500 Trophäen gepusht. Was war das denn? Das muss ewig her sein. Okay, jetzt schauen wir rein. 500 Trophäen in 3, 2, 1, 1, go. Lol, das sieht richtig cool aus. Wir müssen wieder machen, so einen Push von 0 auf 500. Haben wir mit Curve, glaube ich, sogar gemacht. Stimmt. War eh cool. 6-1-Star-Punkie nochmal oben drauf. So, jetzt kommt Jonas. Denkt, er wäre der beste Spieler. Ich bin mega heftig im Brawl Stars. Oh mein Gott. Ich bin der beste Spieler. Ich spiele nicht so viel, aber ich habe schon 15.000 Trophäen. Keiner, wirklich keiner kann geschlagen. Also, komm, wenn ich... Oh je, das war für ein 10-Aten-Von-Brawl-Spieler-Video. Ja, ich bin doch sehr verkackt, oder? Das war doch das Video. Ich bin sehr confident. Soll direkt auf den Brewster. Ja gut, komm, ich habe schon Shelly zu nehmen auf der Map, sagt das schon alles. Oh, du hast keine Chance. Nicht zu nahe, komm, pass auf, ich kill dich. Ich hätte auch eh keine Chance gehabt gegen den Box, wenn ich mich auch angestrengt hätte. Oh nein, das kommt jetzt zum Wackelpudding. Das war auch was. Der war so eklig. Genau, mal drei Megaboxen und wenn ich da nichts Tweaks ziehe, muss ich Dings öffnen. Muss ich diesen Wackelpudding essen. Da sehen wir es mal. Ach, schön, ist ja schon vorgespult auf jeden Fall. So, das sind die Boxen. Ey, das hat so eklig geschmeckt, ne? Das sieht halt schon sehr witzig aus, aber es ist halt wirklich komplett wie Schleim. Ich kann jetzt auch mal hier die Kamera halten, ne? Aber es sieht schon sehr cool aus, ne? Also, passt auch für den Spreekschleim. Hab ich mich extra... Hab ich auch extra in den Supermarkt gefahren. Oh, bitte schmecken es sich eklig. Oh je, jetzt kommt's. Ja, beste Reaktion. Ich hab's gar nicht gefühlt. So, jetzt sehen wir, Jonas verliert 1000 Abonnenten auf einmal. Das wissen wir, ich bin noch von euch. Da wollten wir 33.000 Abonnenten erreichen, in der Opening machen. Und dann sind irgendwie Abos gelöscht worden. Wahrscheinlich auch durch Zufall oder auch durch... durch mal der uns ärgern wollte. So, jetzt hier ein Creator-Code-Fail. Oh je. Oh nein. Das passiert mir so oft, dieser Fail. Johonas. Ich hab's so fünfmal falsch eingegeben. Jetzt. Okay, nächster Clip. Jonas hat Ausrast-Unterricht bei Lukas genommen. Okay, oh je. Oh mein Gott. Das war so wieder so ein 10-8-Video, da musst du dich so rumschreien. Oh nein, oh, das war unangenehm. Oh, eine gratis Megabox. Oh mein Gott, okay. Was? Zwei verbleiben. Ich muss da so auf Krampf rumschreien, das war echt unangenehm. Oh mein Gott, ich hab mal noch Powerpunkte im Shop Plus 5. Oh je. Nein. Ich hab einfach bei allem rumgeschrieben, was ich gesehen hab. Aus so richtig schlecht Schauspieler. Was? Das ist der krasseste. Oh nein. Das ist der krasseste. Den wollte ich. Genau den wollte ich. Kass. Das ist unangenehm, sich anzuschauen. Was? Das ist einfach meine Lieblings-Map. Das gibt's ja nicht. Einfach so eine total random Juwelenjagd-Map, geil. So, als nächstes haben wir die Spiral-Map. Okay. Die hat ein Zuschauer gebaut. Ah, die hab ich gebaut, Lost. Oha. Ja, die war schon nicht schlecht. Das hab ich gebaut. Ich hoffe, wir haben jetzt einfach keine Dynamax und Stoos drin. Die hab ich schon gut gebaut, seid ehrlich. Ja, let's go. Ich glaub, jetzt glaubst du mal. Und campt jetzt auf mich, oder? Ah, da haben erst alle Stu gewillt und wollten die Wände durchsprechen dauernd. Das war richtig nervig auf der Map. Das weiß ich noch. Okay, keine Ahnung, wir gehen weiter. Wir sagen, wir gehen am besten in die Mitte. Hab ich die Runde gewonnen? Ich glaub, ich hab die Runde gewonnen als Mottis. Ich hab halt Mottis gewonnen, dass ich schon raus-stashen kann. Hab allen verboten, dass sie so Spring-Brawler nehmen, dass auch nicht irgendwie alle schummeln. Ha! Let's go! Und hab ich gewonnen? Na, haben wir Naruto. Sehr geil. Hier taktisch agieren. Oh. Ja, komm, wir gehen mal in die Mitte. Ein Mottis noch. Das sieht witzig aus. Ey, komm, Fallschule. Aber eigentlich eh cool. Ich find auch die Map-Idee echt mal krass. Guck mal zurück scrollen. Was hab ich gemacht? Sieht eh eigentlich cool aus, oder? Die Map, finde ich. So, jetzt haben wir Jonas, der Trickshot-Profil. Da war so ein Bug oder so ein Klitsch, wenn man einfach die Dings zu macht. Die werden da dann eben vorbeilaufen konnte. So, pass auf. Lol, sieht mir krass aus. So, jetzt haben wir hier Easy Win für Jonas. Mal schauen. Bring mich um. Ich glaube, ich weiß, was passiert ist. Ich wollte euch erst umbringen gehen. Ich geh schon in Poison. Ich täusche so an und geh wieder zurück. Oh, in der Zwischenzeit bringt er sich einfach um. Oh nein, er kommt. Er kommt. Ich dachte, er wird über oben kommen, aber der Dingsch hätte sich an die Giftwolken gelaufen. Keine Ahnung, was er vorhatte. Hallo? Er hat noch so Hallo. Hä? Oh, er hat sich umgebracht. Er hat keinen Bock mehr. Ich hab einfach geworden, weil er keinen Bock mehr hatte. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Nein, ich hätte ihn gehabt. Oh mein Gott. Und ich hab noch so zurückfahren. Ja, sagt nichts dazu. Oh mein Gott. Damit kommen wir jetzt zu meinem beliebtesten TikTok aller Zeiten. Auf geht's. Oh, ich hab so lange drauf gewartet. 50.000 Trophäen. Ich muss einen Kill. Ich muss einen Kill. Ich muss einen Kill. Oh, come on. Einfach asylen. Drei Sekunden. Oh, das war ein Schuss. Es ist so knapp das erste Wettel. Das war ein Best of Five, glaube ich. Und hier wieder. Ich muss einen Kill machen. Oh, ich laufe so dran. Das ist ein 59 HP einfach. Es ist unglaublich. So, Jonas hat nicht eine ganze Runde haben wir jetzt. Yes. Oh, lol. Das war übel geil. Da hab ich einen Teleport bekommen. Auf geht's. 16 Cubes. Wir haben uns hier unsere eigenen Abschnittprakt... Ist er lost? Haha. Ich team nicht. Ich team nicht. Ich habe einfach alle zerstört. 17, 18 Cubes, 19, 22. 20. Und letzte Läufe in den Poisen. Hätte ich nicht gedacht. 30.000 Trophäen. Wirklich geschafft. Loll, 30.000 sogar. Okay, das haben wir jetzt hier. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. So verdient, Junge. So verdient. Ich freue mich noch. Und dann kommt der Angesprung. Und dann sterbe ich. Was soll ich noch? Und der andere Ruiz-Born einfach noch. So geil. Loll, das haben wir jetzt. Aber das war das Duell gegen den Mortis. Ich wollte noch killen, aber... Oh mein Gott, das ist so... Oh mein Gott. Er ist echt ein episches Battle. Der lässt aber auch nicht locker. Oh mein Gott, ich habe ihn so hops genommen. Ich habe ihn so hops genommen. Oh mein Gott, das ist so geil. Ach, schade. Oh, da, ja, die weiß ich nicht. Oh mein Gott. Also Jess ist AFK. Wir merken uns das, ne? Ich meine, was? Machen bitte meine Mains. Und ich denke mir so, ja, jetzt gewinnen wir easy. Was machen die da? Oh, wir kriegen so viel Schaden. Wir sehen, um die Prozente gehen so runter auf 60. Die sind in Überzahl hinten, ne? Und ich denke mir so, was machen die da hinten? Was machen die da hinten? Ja. 30% übrig. Überall 2 gegen 1. Und ich check's, und der Mate war einfach auch. Oh, okay. So lost. So, Jonas verkackt im Spiel um Platz 2. Ah, da ist der Respawn. Nein! Oh, das war mir... Nein, der Respawn. Oh mein Gott, nein. Und mein Mate aber auch, ne? Doch, er macht es. Wir müssen eigentlich die Runde beenden. Top 2, müssen wir jetzt kommen. Hä, da kann er es eigentlich schaffen. Doch, doch gut. Nur noch den. Ult, 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 ult. Oh nein, der macht... Oh nein, 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 nein. Oh, das tut weh. Ich fass es nicht, dass das nicht passiert. Das war an, okay. So, was haben wir jetzt hier? 12 Sekunden noch. 10. Ich fass rüber. Das war mir. Oh, der Teleport. Oh nein. Tobi lacht noch so. Nein, der Pass. Junge. Was? Nein, ey. Ich geh mal zurück, weil ich kriege... Oder? Oh. Alle sagen so, nein, nicht zurückgehen. Wir müssen finishen. Nein, Jonas. Und alle flamischen so halb. Er macht ja Beeren an. Komm. Ey, nee, oder? Ich bin carried wie immer. Soviel zu meinen besten TikToks in Brawl Stars. An der Stelle nochmal ein Hinweis. Und zwar kommt in wenigen Tagen mein neues Merch-Paket raus. Am 21. August um 15 Uhr. Ihr könnt eben zwischen zwei verschiedenen Designs auswählen. Zum einen eben das bunte Design und eben das JJ-Design. In jedem Paket findet ihr ein T-Shirt, dazu eben eine handsignierte Autogrammkarte, ein Poster und vor allem die Magic-Tasse. Dabei wird das Logo erst sichtbar, sobald wir heiße Flüssigkeit einfilmen. Schaut also gerne vorbei auf jonas.shop oder über den ersten Link in der Beschreibung. Danke für jeden Support und ja, danke fürs Zuschauen. Bis bald.